Das ist eine reine Provokation. Eine Provokation? So empfinden Sie das. Hast du den Faschokanal nochmal? Wie bitte? Hast du den Faschokanal nochmal? Faschokanal? Ey, nicht anfassen. Ich will die Ausweis sehen. Ey, gehen Sie weg. Nö, freut ich nicht. Sie werden hier übergriffig. Sonntag, 12. März 2023. Der Beobachter ist online im Mauerpark. Hier sollte eigentlich irgendwo eine Kundgebung für den Volksentscheid Klima 2030 Berlin stattfinden. Tja, so ist das mit spontanen Aktionen. Da kann man auch mal reinfallen. Weil wie man hier sieht, sieht man hier nichts. Und ich weiß nicht, ob ich den ein oder anderen Passanten hier mal ansprechen soll, was er überhaupt von diesem Volksentscheid hält. Hallo, was halten Sie eigentlich von dem Volksentscheid, der da jetzt übernächste Woche stattfindet, klimaneutral Berlin? Keine Ahnung? Okay. Schönen Sonntag. Guten Tag, guten Tag, entschuldigen Sie bitte, wenn ich Sie so einfach anspreche. Ich habe ein paar Fragen zu diesem Volksentscheid, der da übernächste Woche ist. Ich bin jetzt live auf YouTube, aber Sie sind auch nicht im Bild. Haben Sie da Interesse, mir vielleicht ein, zwei Fragen zu beantworten, was Sie davon halten? Und nicht? Okay, schönen Sonntag, vielen Dank. So gruselig sehe ich doch gar nicht aus. Hier ist eine Familie. Ja, vielleicht kann ich da mal was anfragen. Schönen guten Tag, entschuldigen Sie, wenn ich Sie anspreche. Ob Sie mir vielleicht ein, zwei Fragen beantworten würden, wenn Sie eine Idee haben zu diesem Volksentscheid, der jetzt übernächste Woche stattfindet? Okay. Für die, glaube ich, beschäftigen Sie mich doch damit. Okay, klar, vielen Dank, schönen Sonntag. Okay, haben Sie sich nicht mit beschäftigt. Da, guck mal. Da haben wir was. Am Sonntag, den 26. März, findet nochmal eine Wahl in Berlin statt. Ja. Volksentscheid Berlin 2030 klimaneutral. Und das Beste ist, Sie können jetzt auch noch Brieffahl beantragen. Bis zum 19. März kann man noch Brieffahl beantragen und können Sie ganz bequem zu Hause auf dem Sofa diese wichtige Zukunftsfrage mitentscheiden. Am 26. März, Volksentscheid Berlin 2030 klimaneutral. Und jetzt erst mal noch einen wunderschönen, sonnigen Sonntag hier im Mauerpark. Danke euch. Ja, ja, aber das ist ja auch legitim, das kann er ja machen. Gut, so hat jeder seine Meinung. Völlig okay. Ihr habt ja nicht mal eine Lösung-Para. Das würde ich ja... Ja, das... Doch, darüber wird heute... Genau. Und wenn Sie denn so aggressiv... Na, weil Sie mir hier verbieten wollen, über richtige Zukunftsslagen zu diskutieren. Wir haben hier eine Kundgebung angemeldet. Und wenn Sie nicht diskutieren wollen, können Sie gerne weiß, dass ich hier erst mal... Wir werden hier diskutieren heute. Okay, so hat jeder seine Meinung. Ich meine, ich finde natürlich eine aggressive Grundstimmung grundsätzlich nicht gut. Aber ich glaube, das ging mehr von dem Herrn jetzt gerade aus, als jetzt von dem Veranstalter hier. Die Klimagase müssen radikal runter. Ja. Dazu braucht es radikale Lösungen. Die muss man angehen. Klimaneutralität ist natürlich ein Konzept. Ob wir das jemals erreichen, keine Ahnung. Ja, aber wir müssen einfach den Weg dahin endlich forcieren. Weil wir wissen alle, Zeit drängt. Also wer das ignoriert, dass es die Kipppunkte gibt, ja, und dass uns die Zeit einfach davondrennt. Darum wollen wir das ja von 2045 ab 2030 vorziehen. Ja. Und deswegen, natürlich ist es ein sehr, sehr anspruchsvolles Ziel, was wir da ausgeben. Aber von nichts kommt halt nichts. Ganz einfach. Und wie verstehen Sie das jetzt, wenn Sie sagen radikale Lösungen? Sehr radikaltes Ziel ist ja schon radikal. Ja, also in sich... Ganz einfach, wir müssen halt möglichst sehr schnell weg von den fossilen. Heißt, natürlich sind das große Aufgaben. Also wenn man das hier mit den Heizungen lösen kann, keine Gasheizungen, keine Ölheizungen mehr neu installiert werden. Lärmwärme, Geothermie, alles große Thema. Kalte Nahwärmenetze. Aber es ist machbar. Ja, gut, es ist oftmals ja auch eine Sache des Lobbyistentums, wer dahinter steht und wer natürlich mit diesen einzelnen... Was kommen Sie jetzt mit Lobbyistentum? Naja, ich sehe, es geht ja... Ich habe keine Lust auf dieses Zerrede. Zerrede, okay. Ja, jetzt erzählen Sie mir was zum Lobbyistentum. Ja, wer dahinter... Was? Sie wollen gerade wissen, wie wir das machen. Ja. Ich gebe Ihnen da ein paar Stichpunkte und die nächste Frage ist Lobbyistentum. Ja, weil... Ich habe einfach keine Lust auf so eine Diskussion, weil ich glaube, ehrlich gesagt, ich bin nicht an die ehrlichsten Absichten. Ach so, okay. Ja, wirklich. Sofort kommen Sie mit Lobbyistentum. Ja, gut. Entweder haben Sie wirklich ein echtes Entrennen. Ja, sonst würde ich hier nicht stehen. Ja, anscheinend halt nicht. Okay. Ja, aber ich habe keinen... wirklich, es macht keinen Sinn. Ich verstehe zwar nicht, warum die so aggressiv auf mich reagieren, aber es ist okay. Ja, aber ich habe Ihnen gerade gesagt. Weil ich das Wort Lobbyistentum verwandt habe. Ja, ich meine, Sie haben mich gerade gefragt, wie wir das machen. Ja. Und dann kommt es... Und danach frage ich Sie nach radikalen... Sie sagen radikale Lösungen und da wollte ich mir nachfragen, was Sie unter radikalen Lösungen folgen. Ja, dann spreche ich das an und dann kommen Sie mit Lobbyistentum. Ja, weil es doch auch letztendlich ums Kapital geht, was dahinter steht. Da sind doch Menschen im Hintergrund, die... Hinter uns steht es... Nein. Ja, was denn sonst? Was soll denn das... Lassen Sie mich doch ausreden, dann könnten Sie das vielleicht verstehen. Denn die stehen doch auch hinter diesen Systemen, was wir jetzt haben, stehen doch wirtschaftliche Interessen. Ja, interessant. Ja, was für eine Banalität. Das ist wirklich... Das macht keinen Sinn. Okay. Ja. Tschüss. Ja gut, also hier mag man offensichtlich nicht weiter mit mir reden. Nein, nicht. Und alles gut. Also ich finde das auch okay. Ja, dann wünsche ich viel Glück und viel Erfolg mit Ihrem Anliegen. Alles klar. Ich hoffe, dass viele Menschen dagegen stimmen. Aha. Na also. Ja, wenn Sie so aggressiv auf mich reagieren. Ich habe das gestern schon gehabt, dass man jedes Gespräch abgelehnt hat. Und es geht ja... Es geht doch eigentlich darum, dass Sie mich gerne... Banales Stichwort. Ja, okay, aber wenn Sie doch versuchen, andere Menschen zu überzeugen, glauben Sie, dass Sie mit Ihrer Art und Weise, wie Sie das jetzt gerade gemacht haben, andere Menschen... Bitte, das ist... Sie wollen kein offenes Gespräch. Sondern? Jeder, ihr Hörer auch... Das sage ich ja gerade. Das ist eine reine Provokation. Eine Provokation. Ja, natürlich. So empfinden Sie das. Okay. Ja gut, das ist Ihre persönliche Wahrnehmung. Wenn Sie im zweiten, ja zweiten oder dritten Frage auf Lobbyistentum kommen, wo wir gerade mal so bei den Umsetzungen sind... Ja. Das soll es. Und jetzt wirklich vielen Dank für das Gespräch. Ja. Tschüss. Alles klar, vielen Dank. Alles klar, vielen Dank. Okay, ich filme das natürlich noch weiter, weil das darf ich natürlich auch als Pressevertreter. Ich werde natürlich jetzt hier auch gefilmt, aber das ist kein Problem. Fränki, ja. Fränki, ja. Also, ich glaube, entweder kriegt er dann einen Wutausbruch, also das werde ich ihm natürlich nicht sagen, weil der ist schon so getriggert von mir, weil ich bleibe hier natürlich auch eiskalt stehen. Aber ja, natürlich, so sehe ich das ja auch. Das sind ja Fragen, die hätte ich mir für ganz, ganz später aufgehoben, ob er glaubt, dass dort irgendwelche Stiftungen oder Verbände dahinterstehen, die über viele, viele Ecken und Hinterzimmer so eine Aktion hier stützen. Aber, da würde ich ja direkt in die Tür eintreten. Er hat ja schon auf das Wort Lobbyismus so aggressiv reagiert, wo ich mir dachte, er springt mir gleich gegenüber. Hier kann man natürlich in so ein Einzelgespräch nicht reingehen, aber sie versucht da mit Händen und Gestiken ihren Zettel loszuwerden. Aber vielleicht kann ich mir den mal mit der blauen Mütze gleich mal schnappen, was er dazu sagt. So, ich verfolg den mal. Ich stalk den jetzt mal. Pass mal auf, ich stalk den jetzt mal. Schnell hinterher. Ich quatsche ihn mal an. Ach, entschuldigen Sie bitte. Ich bin gerade live auf YouTube und ich habe diese Aktionen dort vorne mit dem mit dem Volksentscheid, die darüber berichte ich und ich habe gesehen, dass Sie mit der Dame gesprochen haben. Sie sind jetzt nicht, sind nicht im Bild hier, also da können Sie ganz sicher sein. Für mich stellt sich nur die Frage, hatten Sie den Eindruck, dass die Dame Sie überzeugt hat, dass das ein gutes Anliegen ist oder kommt das für Sie in Ruhe anschauen? Hatten Sie da vorher schon irgendwie mit dem Thema, waren Sie da konfrontiert? Naja, es gibt ziemlich viel Frost in der Stadt. Ja. Und glauben Sie, dass das Klimaneutralität für so eine Stadt erreichbar ist? Aber nicht in sieben Jahren. Und das ist auch, was man als Klimaneutralität trägt. Finde ich gut. Genau, das ist nämlich mein Stolperstein, weil wir müssten dann ja theoretisch die Menschen ja auch nochmal berechnen, die die CO2 ausstoßen, die Autos. Das Klima können wir ja nicht beeinflussen als solches. Für mich eher die Umwelt. Umweltschutz wäre jetzt so ein Thema. Das ist ein breites Thema. Aber ich glaube, vor allem wir Einzelnen sind wir irgendwie in der Lage oder verpflichtet sogar etwas zu tun. Also, dass jeder Einzelne schauen muss, inwieweit er nachhaltig lebt als Beispiel und auch welche Verkehrsmittel er benutzt? Das auch, glaube ich. Glauben Sie, dass es möglich ist, alle Autos aus Berlin zu verbannen, also jetzt wirklich diesen Pkw-Individualverkehr so zu beschränken, dass man diesen Zielen, die diese Veranstalter verfolgen, dass man denen nahekommt? Also, ich weiß nicht, inwieweit man etwas verbannen sollte, aber ich sage so, ich bin 31, ich habe immer noch kein Auto, das geht auch an der Autor. Ja, aber Sie wohnen auch und leben hier in Berlin, ne? Gut, da ist natürlich der öffentliche Nahverkehr relativ gut ausgebaut. Für die Menschen, die im Rande wohnen, ist es ein bisschen schwierig vielleicht, ne? Ja, aber ich sage so, ich muss zur Arbeit spenden zwischen Berlin und Fehmann und mit dem Bahn, da sind auch fünf Stunden. Mit dem Auto geht es schneller und bequemer, ohne Verspätung, aber bis jetzt klappt es gut. Okay, prima, lieben Dank, dass Sie ein paar Fragen beantwortet haben, ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Danke, gleichfalls. Dankeschön, tschüss. Okay, der war cool. Ich habe gerade mal gecheckt, was für ein Kanal das ist. Ja, das ist okay. Checkt hier ruhig mal. Wie heißt der Drecks Faschokanal nochmal? Wie bitte? Wie heißt der Faschokanal nochmal? Faschokanal? Ey, nicht anfassen. Ey, ey. Zeig mir den Ausweis. Nein, Sie dürfen gar... So. Zeig mir sofort den Ausweis. Das ist... Zeig mir den Ausweis. Sie werden hier übergriffig. Zeig mir deinen Ausweis. Die werden hier übergriffig. Zeig mir deinen Ausweis. Den brauche ich Ihnen nicht zeigen. Doch. Nur der Polizei muss ich den. Das darf ich. Ja. Aber dann darf ich den Ausweis nicht. Sie haben mir eine Versammlung angemeldet. Ja, zeig mir den Ausweis. Sie haben eine Versammlung. Nein, das brauche ich nicht. Ihnen brauche ich gar keinen Ausweis. Nein, muss ich nicht. Doch, natürlich. Rufen Sie die Polizei. Zeig mir den Ausweis jetzt. Zeig mir den Ausweis. Wie heißt der Drecks Faschokanal? Drecks Faschokanal? Ja, wie heißt der? Sie beleidigen mich. Wie heißt der? Ich bin die Polizei. Ja, mach mal. Wie heißt der Kanal? Tja. Sag doch mal. Hätten Sie aufpassen sollen. Zeig mir den Ausweis. Da steht der Kanal gar nicht drauf. Das sind internationale Presseausweise. Das wollen Sie eigentlich von mir. Du bist doch stolz auf deinen. Wie heißt, liebe Zuhörer, wie heißt dieser Dreckskanal? Wie heißt der denn? Sie sind völlig kritikunfähig. Sie sind der Faschist, der mich gerade hier persönlich angeht. Du stellst dich dahin und hast nichts Besseres zu tun, als den ganzen Tag zu filmen. Du willst nur sabotieren. Das ist doch eine ganze Zeit. Was denn sonst? Hast du die Zeit? Ja, mach mal. Ruf mal die Polizei. Schönen guten Tag. Ich kann Ihnen meinen Namen gerade nicht nennen. Ich stehe hier vor dem Mauerpark und filme als Pressevertreter eine Versammlung. Und werde jetzt hier von einem Versammlungsteilnehmer persönlich angegangen. Er verlangt von mir, dass ich mich ihm gegenüber legitimiere, was ich natürlich nicht muss. Und ich bitte hier um polizeiliche Unterstützung. So, die Polizei ist natürlich auf meiner Seite. Zack, jetzt ist er auch gleich abgehauen. Aus Russland kommen. Ja, das kommentieren Sie sowieso. Ich kommentiere. Es ging um Ihre Übergriffigkeit. Oh, es ist ja leicht, dass ich eine Gastronomie sehen will. Oh ja. Ja. Wie findet ihr das eigentlich so? Es ist doch unfassbar langweilig, uns einfach die ganze Zeit zu filmen, oder? Wird mich echt mal interessiert. Die Menschen sind ja auch daran interessiert, in den Dialog zu kommen. Du willst nicht in den Dialog kommen, das bestimmt nicht. Haben Sie denn was zu verbergen? Überhaupt nicht. Na ja, dann, warum stellen Sie sich denn nicht mal in Fragen? Selbst so krude oder faschistisch, die Sie bewerten. Weil es einfach Drecksfragen sind. Weil das was? Es sind Drecksfragen. Drecksfragen. Ja, natürlich. Das entscheiden Sie in einer Demokratie, welche Fragen Dreck für Sie sind und welche nicht. Ja, natürlich entscheide ich das. Na, sehen Sie mal, wie demokratisch Ihre Grundeinstellung ist. Bla, bla, bla. Sehen Sie, da kommt jetzt bla, bla, jetzt wissen Sie nicht weiter. Ja, also nach dem dritten Satz kommen Sie auf hier Lobbyisten. Ja. Ja, wozu? Ja, weil Sie es noch nicht verstanden haben, weil Sie nicht... Und Sie wissen überhaupt nicht, wie es funktioniert, wenn Sie im dritten Satz auf Lobbyisten gehst. Weil Sie noch nicht verstanden haben, weil Sie nicht was sagen will. Jetzt, Leute, darum geht's. Ja, das wissen die... Ja, natürlich. Ja. Weil es offensichtlich ist, was deine Ziele sind. Ja? Das können Sie doch gar nicht wissen. Doch, natürlich. Ohne mit mir zu sprechen, können Sie doch gar nicht wissen, welche Ziele ich habe. Das 5-Minuten-Geschmärchen reicht mir da auch völlig. Ja. Ja, natürlich. Wenn Ihnen 5 Minuten reichen, um das einzuschätzen, dann glaube ich, dass Ihnen auch 5 Minuten reichen, um das zu erkennen, was Sie hier machen. Aber du hast mir mir zu verstehen gegeben, wir wollen nicht weiter mit dir reden, aber du hast nichts Besseres zu tun... Ja, Sie sind doch hier zu mir und kommen mit mir, reden mit mir. Gehen Sie doch weg. Ja, du drehst uns halt die ganze Zeit. Ich will einfach wissen, was du... Ja, ich darf das. Natürlich darfst du das. Ja, na, also dann gehen Sie doch weg. Aber du hast nichts Besseres zu tun. Ja, und wenn ich hier bis 17 Uhr stehe und die Kamera draufhalte... Ja, na, dann regen Sie sich doch da in Ihrem Kreise auf und stören mich nicht bei meiner Arbeit. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Und er hat mich wieder angefasst und mir auf die Schulter geklopft. Aber gut. Der Mann, der mich da versöhnlich angegangen hat, zieht sich jetzt zurück. Vielleicht holt er auch noch eine Currywurst oder was zu trinken für die anderen. Stört Sie, dass ich die Plakate filme? Äh, machen Sie das nicht. Stören Sie mich nicht bei meiner Pressearbeit. Weil das sind ja Dinge, die Sie hier der Öffentlichkeit zuteil werden lassen. Und... Sehr gut. Hallöchen. Hallo. Ähm, ja, also der, ähm, übergriffige ist jetzt gerade weg. Ich habe hier einen YouTube-Kanal, äh, wo ich live diese Versammlung, diese angemeldete Versammlung habe und habe versucht, mit den Herrschaften in den Dialog zu kommen. Das hat man abgelehnt. Dem habe ich natürlich Folge geleistet. Und dann kam einer dieser Versammlungsteilnehmer auf mich zu und bedrängte mich da und wollte mir meinen, äh, Presseausweis entnehmen. So, ihr Lieben, ich gehe jetzt mal, äh, in die, äh, Abmoderation. Äh, das war also hier die, äh, Mini-Versammlung. Ähm, hier am Mauerpark, an der Ebersweiler Straße, am Haupteingang, am Sonntag, den, was haben wir heute? Den 12. März 2023. Bleibt respektvoll, bleibt im Dialog und bleibt auf Augenhöhe. Und vielen Dank für euer Interesse. Ich denke, wer mag dann gerne am Donnerstag bei der Mahnwache in Potsdam. Und ich wünsche allen noch einen schönen Sonntag. Und vielen Dank fürs Einschalten. Der Beobachter geht offline. Der Beobachter geht offline.